Hallo Freunde der Becker und willkommen bei dieser schönen Aussicht, jedes Mal. Ich hab hier die schönste Aussicht von euch allen. Ich will das hier noch ein bisschen abändern. Metas, du wolltest dir die nächste Etage von meinem Turm anbauen. Ja, das werde ich auch machen. Ich bräuchte noch etwas zu essen. Ist irgendwo in der Kiste noch was eingelagert? Unter dem Weg, wo gerade lang los ist oder so. Da ist glaube ich noch ein Ballonfach. Ne, da nicht. Genau. Das geht ja auch nicht. Jaaaa. Jaaaa. Ich wollte das jetzt einige ein bisschen omen lang finden. Aber oben ist ja dieser Boden... Das ist blöd gemacht hier. Ich wollt' das eigentlich ein bisschen oben lang finden. Muss ich doch unten lassen das ganze. ... Kommt, lasst mich, dass wir diesen Trotz nicht durchkommen. Ihr guckt euch jetzt bitte alle in deinem Haus an. Nein, ich komme zurück. Ich gucke mir das jetzt mal an. Yay. Yo. Yay. Hey. Ich habe kein Essen mehr. Ich hätte übrigens auch, ich habe schon seit drei Folgen nichts zu essen mehr. Ja. Wegen dem Wasser, vorhin so lange ist es. Okay. Jetzt sehe ich immer noch nichts eingerichtet, Jammer. Nee, ist es auch nicht. Ich bin ja noch am höher bauen. Am höher? Ach, da geht es noch höher? Hier, da habe ich ja den Balkon gemacht. Ah, Laura, du hast es mit Helfen. Okay. Wie viele Etagen willst du denn hier noch bauen? Noch eine oder zwei höchstens. Hier unten, da unten ist der Balkon für den Ausblick hier. Oh mein Gott, geil. Hier könnte mal Tag werden. Oh, geil. Ja, meine Bäume könnten mal wieder wachsen. Ich habe Prismarinen gefunden, Metos. Aber das sieht schon geiler aus, wenn wir mal so runtergucken. Wie fandest du dir deine Idee mit den Bäumen, Pflanzen und den Aushöhlern? Ja, nicht schlecht. Kommt auch genug Holz zusammen. So, jetzt wird's Tag. Jetzt bleibt mein Baumhaus ab. Ja, jetzt sehen wir auch mehr. Was? Nein. Irgendwann, wenn uns mal jemand nicht mehr leiten kann, dann tut er hier Firestread anmachen und hier das Baumhaus abwackeln. Eisen, geil. Ach, hier kommen wir direkt von einem Balkon zum nächsten. Nein, lauf uns. Was denn? Wo ging's denn hier nochmal runter? Da. Da war ein Eisen und jetzt ist ja noch Eisen weg. Nicht jetzt? Ja, Mann, du musst bei der Treppe noch so ein Geländer dran bauen. Ich hatte das Eisen abgebaut. Ach so, kein Mensch fällt da rund. Oh, hallo, das sind drei Blöcke. Ja, nein, das musst du machen. Ey, hat jemand ein bisschen was zu essen für mich? Ich hab gar nichts. Ich bin selbst ein paar Wochen lang. Äh, zu essen? Äh, ich kann dir ein bisschen was geben. Warte mal, hier ist doch Haufen Weizen. Ja, Arsch, Mann. Oder so. Ja, dann nimm dir das Weizen. Mach dir Brot. Ey, du musst doch wieder nachpflanzen. Ja, mach ich ja. So. Und ich muss jetzt eine Lösung finden, wie ich diesen Knopf da vorn anbringe. Das heißt, ähm, machen wir, machen wir, machen wir, machen wir. Das hier, ähm. Meine Samen sind leer. Mehtos, hier läuft eine Hexe rum und die Hexe ist weiblich. Ich hab Angst, die ist sowieso alt und schrumpelig. Die hat so eine Warze auf der Nase. Obwohl, eigentlich sieht sie freundlich aus. guck mal ja mal ja war so 17 drohte geil machen wir das ist dann vorne hin der blog das ja so müssen wir hier zwischendurch ist nicht schön aber selten machen wir hier noch ein bisschen so kann man die die steine alle so ein bisschen verballern wir hier so angesammelt haben ja hier wird es jetzt nicht mehr schön egal wir machen das so und der knopf muss da weg so ich wäre dafür dass wir einführen dass meters anfängt zu legen ja das wäre gut ist klar da verliert dann ab und zu mal eins da bleibt dann stehen und dann kommt man bei meters in der aufnahme dann ganz laut dieses dieses geräusch da kann man nicht machen und dann geht es immer ein da machen wir ein paar genau da weiß treten mit hier ist auf jeden fall unser durchgang das kannst du mir einrichtungstipps geben einrichtungstipps was soll ich denn bitte für einrichtungstipps geben was soll in welche etage das muss ich nicht weg das frauen wir noch jetzt wird es noch weggeschmissen es war mir stolz auf dich so genau so es stört doch niemanden wenn ich ein bisschen das system ein klaus versteckt war ihr hinter das so ein bisschen wenigstens verstecken gehe ich denn schon nicht alles hä wo bin ich denn hier gelandet so dass die mobfarm so da muss ich mir noch offen lassen weil ich muss dahinter noch ein bisschen wo das eigentlich genug ausgeleuchtet packel reicht eigentlich so diamanten diamonds diamonds da aber da muss ich noch hinter dran so wird menschen der nähe irgendwie ja auch das ist praktisch so ich habe mir schon wurde geklappt wird dann da ist man sich außen muss ich ja noch den knopf hier mache ich mein bett der prismarine ist eigentlich nur als das erinnern wir noch immer stein oder oder der röntgenzweck ich glaube du hast den gefühl der soll schön aussehen auch mal hier machen wir hier machen wir hier machen auf nicht das sehe von außen dann wo ich hin muss gut aber erst mal machen wir hier blöde skeleit macht dich weg mach dich weg auch ab da was das so wie darf nur ich sein und du hast ja eh keine ahnung ist das in ordnung für dich wenn ich das haus hier daneben oder soll ich nach kurz zu machen aber brauchst nicht so nah meint also so geht es wie du jetzt hast aber maximal ein ich glaube dazwischen soll ich nach dort bauen oder nach hier guck nach dort oder nach dort nach dort dort und dort und dort meint so dort dort oder ich meine jetzt nach dort da können wir eh nix machen dort ne dort oder das lassen wir jetzt mal was sollen so nötig okay ja so so hat das ist dann hier der innenbereich schick so der innenbereich so zack so da machen wir hier noch eine tür hin hier so der kleiderschrank hier noch eine tür hin haben wir eigentlich schon da auch eine wirkt manch na einmal oder so ich habe nicht eine idee wie du wie du ich war es wie du die redstone leitung unter also das so dass was ich komme wenn ich es besser erklären kann ach so das geht ja nicht mehr das geht ja nicht mehr mit unterschiedlichen holzarten gibt es inzwischen mehr türen also mehr arten komm mal mit ich muss mir erst mal eine tür machen ich brauche holz was warst du denn holz stell dich nicht so hart aber komm trotzdem mal mit kurz was denn wie man ich weiß wie man die leitung weg kriegt dass man es noch nicht sieht und wie verbauen hat jemand drei wolle für mich warte müssten unten in der kiste liegen beim generator nichts ist noch zubauen nein war ich nicht gut gut dann kümmerst du dich um die leitung und ich kümmer mich um die tür da muss ich mich noch eine tür hin da habe ich dann die fackeln weg so auch hier sind ja türen nimmer die doch direkt weiß jemand für lange wir schon aufnehmen genau äh noch weiter ach neun neun minuten und noch was da will schon jemand aufhören also puh nein quatsch dann hör auf davon zu sprechen warte achtung irgendwann kriegt das schon mit so bleib mal da gut okay so so kommt die tür da dran genau ja dann mach mal oben all willen ja 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 ich muss nur noch hier hier müssen muss jetzt ein ganzer hin noch ja du kannst nur nachts schlafen hin geht dran dass die leitung noch dahin verbunden werden muss jetzt wirst du auch wieder ein vorn warte mal ich mach mal da hinten auf dann kann ich mich von innen so eine treppe reinsetzen dann blockiert es auch nicht ich hätte so gerne leder das wäre jetzt so gut jetzt brauchen wir die halben stelle die setzen wir jetzt einfach das kann man jetzt da hinten genauso machen oder was sagst du so warte mal zack so haben wir wirklich kein leder ähm ich fürchte nicht nie aber da kann man ja nicht viel machen warte mal etwas kann man aber noch machen wir können da noch eine treppe reinsetzen von ja ja genau da müssen wir die reinsetzen warte 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 ich würde so gerne leder äh ne da kommen wir nicht rein äh jetzt hab ich es gemacht von da hinten muss ich rein ja genau ich zeig dir erstmal die treppe wieder hinsetzen hier 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 so da muss das da unten da muss jetzt hier eine treppe hin haben wir closed down oder gibt das ding kein closed down aus genau so ne perfekt haben wir closed down äh was sagst du ob wir closed down haben oder ob das ding welchen raus drückt äh closed down hast du in der hölle wir können ist der auch so komisch ich hole dir mal schnell welchen oh hier ist auch übrigens schweine pigman der ist jetzt in unserer welt herzlich willkommen so der nennt sich zombie pigman heute mal schweine pigman wäre ein schweine man jetzt machen wir hier so ein teil ist egal ich hab ja ich hab closed down ja ich hab closed down ich brauch das so äh brauchst du trotzdem noch closed down haben wir weil ich hab hier vielleicht grad noch was so ja schaden kannst nicht da will ich den namen genau so dann mach mal hier da bist du mit seiner unendlichen gier würde ich na gut so gierig ist Metos hier sogar nicht hier dazu entschuldigung hier bin ich auch gar nicht du bist lieb ja ich auch gell ne ja das bisschen macht jetzt nix so auf jeden fall hab ich da auch noch einen hingesetzt das ist gut so das müssen wir da weg machen äh moment mal so nicht huch ne du schläfst nicht in meinem bett also wirklich vergeht mich gerade in lebensgefahr ich glaub das juckt die gar nicht glaub ich auch ja ja glaub ich auch ich wirklich ne ne jammer ist blöd noch eins jetzt mach ich auch mal ein körper damit lange mein frühes aufwacht aber da den knopf hin ah das kommt hier hin moment kein platz weg ne so zack da kommt der knopf hin so der Apfel kommt mir rum da ist zu ist auf perfekt ich liebe es wenn der Plan funktioniert so dann was wollte ich gerade machen ach ja äh äh das ging doch mit äh Stick auch ist da ein halber muss ich kein schein äh was nein was da bitte kann ich den auch hier hin machen so aua ich hab drei herzen so dann wo hab ich die halben nein da bist du runter gefallen und dann ähm hast du dich verabschiedet ach scheiße sagtest ich bin merc Lap vacation da das ist das soll schon ein bisschen deutlicher zu erkennen sein dass das eine tür hier ist genau machen wir die hier so dann machen wir hier oben das kann man eigentlich so das sport hier auch nichts drin da muss ich da drin noch die obwohl wir können ja wenn ja wir können nicht kann man nicht so da kann ich habe mich nicht gut so ok war hier zu Das heißt, warte mal. Das heißt, warte mal. Hey, gib den Block her. So. Was macht der Junge gerade? Mach da nicht mit mir hier. Bitte, jetzt hab ich keine Setzlänge mehr. Ach Mist. Dann Knopf. Eine Knopf. Das Skelett wird sa... Buddy in your channel timed out. Oh, was war jetzt los? Victor ist einfach abgeschnitten. Oh, dann hat sich Meta sein PC abgeschalten. Meinst du das? Nee, Meta läuft noch. Nee, warte mal. Wie kann er dich denn... Ah, hä? Wie kann der austeilen, wenn er gerade noch redet? Hä? Hä, wieso redet der? Der hat gerade ge... Da hat gerade noch gequalkt. Egal, komm, wir nehmen weiter auf. Ja. Interessiert ja weiter auch keinen. Wir müssen noch hier... The show must go on. Nee. Nee. Also, bei mir haben sich wieder ein paar schöne Monster angesammelt. Ich bin auch tot. Achtung! Okay, hallo Leute. The show must go on. Ich hab 5 Diamanten da... Och, Mann. Äh, tschüss, Laurox. Ach Mann. Die armen Diamanten. Okay, aber ich würde sagen, das reicht auch jetzt. Oh, meine 45 Sets länger. Aber jetzt einmal schön... Okay, das will ich noch sehen. Ich bin auch tot. Das will ich noch sehen. Ich denke die Zuschauer wollen das auch noch sehen. Ja, warum renne ich denn hier lang? Wenn ich ein Bücherregal hatte, mach ich mir... Wieso bauen alle immer so kreuz und quer? Ich wills auch sehen, 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 ich wills auch sehen. Wenn wir noch Leder haben, dann mach ich mir ein Bücherregal, da wo jetzt die eine Lampe ist. Okay, jetzt ist hier irgendwie völliges Chaos, ne? Alle quatschen durcheinander. Chaos, 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 Chaos. Chaos, Chaos, Chaos. Klaus, Klaus, Klaus. Also, ich find's cool. Es ist urgemütlich. Guck mal mit Schränkchen. Mit Schränkchen, cool. Das ist cool, Lars. Okay. Was ist denn, wenn wir da? Hey, mit Lichtschalter, wie geil. Tja, okay. Ähm. Moment mal, davon mach ich jetzt ein Screenshot. Das muss ich haben. Äh, Lars, geh mal beiseite. Oh, gibst du den mir? Den nehm ich dann als Thumbnail. Äh, Hagen, mal bitte beiseite. Danke. Da kannst du ruhig stehen, ne? Kannst du ruhig mit aufs Bild, das ist nicht schlimm. Ich auch, ich auch auch. Okay. Wir haben als erstes Zimmer. Bitte mal eben ein Screenshot. Danke. Danke. Okay, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020